so videoanalyse mit dieser speziellen app gibt jede menge apps und das ist eine android app die finde ich okay vielleicht kennt jemand was besseres aber ich finde es echt okay der wichtigste trick deswegen mache ich auch das video hier zum start gehe ich in die ganz normale kamera app meines handys und erst danach in die app und habe hier ja mein ball und so weiter und wichtig hier habe ich ein maßstab und ich weiß das sind hier 80 cm das brauche ich ja und dann auf aufnahme drücken und loslegen und als nächstes noch mal bevor ich in die app gehe klicke ich jetzt hier unten so da sieht man es genau hier so ein stift ich muss das video erst zurecht schneiden dass der startpunkt stimmt sonst nervt nachher bei der analyse also auf den stift klicken und dann zuschneiden das ist hier der punkt ja die der ball verlässt meine hand und beginnt zu fallen da möchte ich die analyse beginnt und nicht vorher und deswegen muss ich da an der stelle diesen startpunkt also ich bin da ist eine schere zu sehen da ist jede app ein bisschen anders aber die idee ist immer das gleiche da ist eine schere zu sehen und dann verschiebe ich den startpunkt dahin wo sein also an dem passenden punkt das ende ist egal aber der startpunkt muss passen und dann klicke ich hier auf speichern ja ich habe erst eine halbe stunde an dem ding rum geschoben das bringt nichts so und jetzt habe ich ein schönes video und das kann ich analysieren das heißt jetzt gehe ich wo bitte da gehe ich rein wird analysis video analysis und plus und dann kann ich eben dieses video das woanders im handy liegt öffnen und es braucht einen namen test irgendwas und so und jetzt starte analyse dann mache ich zuerst mal will er wissen also da muss man zwei kreuzchen setzen und dann sagen das sind die 80 cm also meter 0,8 und auf ok dann kennt er sich aus und dann kann man dieses xy irgendwo reinsetzen das sollte eigentlich egal sein und nachdem man das gemacht hat kann man dann punkt für punkt immer so häckchen setzen wo der ball ist so also macht man hier so kreuzchen 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 und wenn man zu ende ist auf speichern das heißt also wenn das video länger dauert als ich möchte ist egal aber wenn das der start ist praktisch wenn der start stimmt gut wenn ich gespeichert habe kann ich hier auf die drei punkte und da kriege ich die analyse und dann habe ich hier also der zeit x weg das ist ja die x-achse also wieder bald da so das ist egal aber der zeit y weg das ist hier schon der teil eine parabe ich habe den start nicht richtig gut erwischt aber das ist so der und dann gehe ich darüber und dann habe ich noch die zeit geschwindigkeitsdiagramm das habe ich hier ist es gefällt mir ganz gut ich war schon ein bisschen genervt und nicht so geduldig aber das ist ungefähr eine gerade und dann habe ich ja immer a ist geschwindigkeitsunterschied delta v durch delta t hier ist mein delta t hier ist mein delta v und a soll ungefähr die erdbeschleunigung von 9,81 meter durch sekunde quadrat sein ich habe es exportiert das finde ich ganz nett also noch mal die drei punkte und exportieren und sich per mail das sind die daten die einzeldaten per mail zu schicken und dann hier ein libra office importieren das ist eine csv datei keine excel datei aber da muss man einfach nur so ja einfach rein importieren rein da macht das schon und ich markiere jetzt die zeit und die y geschwindigkeit und klick auf diagramm da ist es und mach ein xy diagramm da musste ich noch auf vor und spalten und erste spalte als als x-achse machen und dann kommt sowas raus mit trendlinie habe ich jetzt die die steigung und das ist jetzt nicht 9,81 meter durch sekunde quadrat sondern minus 11 ein bisschen besser könnte es noch werden mit aber die dimension stimmt schon bin eigentlich ganz zufrieden